Sarah Wagenknecht gehört in der Top Ten der beliebtesten Politiker Deutschlands stets zu jenen, die sich auch in den Betrieben mit den Streikenden für Meinungsfreiheit eingesetzt hatte. Nicht nur bei Amazon. Und viele meinen, dass Sarah Wagenknecht so ein Charisma hat. Das sei was Angeborenes oder etwas Gottgegebenes, etwas Magisches. Nein, Charisma entsteht dort, wo man Schlägen widersteht. Leute wollen sehen, dass Frau nicht nur in Worten dies oder jenes fordert, sondern in Taten auch blaue Flecken in Kauf nimmt, wenn sie dafür eintritt. Denn nur aus blauen Flecken wächst die Ausstrahlung. Siehe Che Guevara, siehe Salvador Allende, siehe Nelson Mandela. Wie bei Sarah auch. Oder bei Oscar Lafontaine, der für seine Überzeugungen 1990 ein Messer in den Hals gerammt bekommen hat. Einige werden sich noch an dieses Attentat erinnern. Nachdem die Bild-Zeitung und Sun Oskar Lafontaine mit einem Hitler-Bärtchen und anderem bemalt hatten. Das war auch bei Willy Brandt nicht anders. Dessen Charisma entstand unter dem Meinungsterror der Springerpresse, als sie ihn zum vaterlandslosen Gesellen erklärt und diskriminiert hatten. Sarah wurde bei Bild auch aufs Übelste verleumdet. Besonders, als sie bis 2019 Fraktionsvorsitzende und Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag war. Da wurde sie von der olivgrünen Taz und vom Spiegel an den Pranger gestellt. Wurde mit rosagrünem Dreck beworfen, selbst von ihren eigenen Parteivorsitzenden Rixinger und Kipping in der medialen Öffentlichkeit. Dann von den trotzkistischen NATO-Sympathisanten der M21, von der Berliner und der Thüringer Regierungstruppe, die ganz vernarrt in ihre Posten waren und die heute noch mehr Waffen für Selenskyj fordern wie Bodo Ramelow. Sollte Frau Wagen nicht also nun eine neue Initiative gründen, dann würde sie brutalstmöglichst von außen, von Geheimdiensten und von Konzernmedien attackiert. Wer mit ihr sympathisiert, müsste sich also warm anziehen. Aber auch von innen drohen Parteineugründungen. Gewisse Gefahren. Das sind die Mandatsmaden. Trägen Sie sich das Wort mal ein. Mandatsmaden. Eine hübsche Kreation der Publizistin Eva Dörfler. Mandatsmaden sind Leute und ihr Mitarbeiteranhang, die wenig gelernt haben, oft noch weniger können, aber jede neue Partei befallen und sich dort dann von unten nach oben durchfressen. Für wohlfeile Phrasen auf beste Bezahlung lauernd. Bis von den Prinzipien in der jeweiligen Partei nichts mehr übrig ist. Zu all diesen Bedrohungen kommen dann noch die Durchgeknallten. Das sind die, die mindestens schon drei bis vier Parteien und drei bis vier Psychiater verschlissen haben. Das sind also die Gefahren hinter den Kulissen, wenn Frau Wagenknecht eine neue Partei gründen wollte. Der Vorstand der Linkspartei hatte die seit Jahren beliebteste Politikerin Deutschlands unter Druck gesetzt. Abzuschwören von einer neuen Partei. Seit vergangener Woche dieses Ultimatum ergebnislos verstrichen ist, wird nun von Parteiausschluss Sarah Wagenknechts geschwurbelt. Hier verwende ich dieses Wort mal. Ich habe Sie, liebe MOTS-Zuschauerinnen und Zuschauer, gebeten, auf Instagram und Twitter abzustimmen auf die Frage Soll Sarah Wagenknecht eine neue Partei gründen? Und herausgekommen ist, bei Twitter sind 73% dafür, dass Sarah Wagenknecht eine neue Partei gründen soll. Und 27% dagegen, also 3 Viertel, sind für eine solche neue Partei. Bei etwa 1.400, die daran teilgenommen haben. Wobei einige geschrieben haben, sie seien gegen eine Wagenknecht-Partei, weil die der AfD zu viele Prozente wegnehmen würde. Nun, also, da ist es nicht schad rum. Und Frau Weidel wird bei dem Höhenflug, den die AfD gerade hat, ein paar Prozente auch verschmerzen können. Bei Instagram haben wir das auch gefragt. Und siehe, bei Instagram waren 82% dafür, dass Sarah Wagenknecht eine neue Partei gründet und nur 18% dagegen. Da liegt Ihr MOTS-Zuschauer überhaupt nicht so falsch. Denn das Meinungsforschungsinstitut Seaway hat gleichzeitig im Auftrag von der Tageszeitung Die Welt die Deutschen gerade gefragt, was sie von der Parteigründung Sarah Wagenknecht halten würden. Und siehe da, fast identisch mit unseren Zahlen, 24% würden sogar Sarah Wagenknecht gegründete neue Partei wählen und 39% halten eine Gründung für insgesamt positiv und 34% nur für negativ.